So, etwas später als versprochen, jetzt hier die Auflösung des Contests, beziehungsweise des Gewinnspiels für die Kinokarten zu Herz aus Stahl. Wie ihr natürlich hier sehen konntet, haben einige auch mitgemacht, also es waren über 70 Teilnehmer, also von dem her, beziehungsweise es waren 70 Teilnehmer. Dementsprechend suchen wir jetzt da einen aus. Ihr seht, ich habe auch alle schon vorbereitet, jetzt also let's see who's the winner now. Also, das dauert immer einen Moment an dieser Stelle, trotzdem nochmal vielen lieben Dank, dass ihr teilgenommen habt und auch natürlich eine Danke an Wargaming, dass die Möglichkeit war, hier zwei Kinokarten zu verlosen. Ich bin auch schon sehr gespannt, wen es denn treffen wird, weil das ist natürlich auch für mich durch das Zufallsprinzip immer wieder was Neues. Und es ist geworden, Martin X, er will auch die Karten, dementsprechend sieht man das, würde mich echt freuen. Also Martin X, vielen lieben Dank, dass du mitgemacht hast, beziehungsweise Glückwunsch natürlich. Schau bitte du in dein YouTube-Postfach, weil da wiederum habe ich dich angeschrieben und ja, da brauche ich deine Real-Life-Adresse, deswegen schreiben wir da noch allen anderen. Tut mir leid, dass ihr nicht gewonnen habt, aber ihr wisst ja mittlerweile, es gibt hier wirklich viele Gewinnspiele und wirklich hofft die Möglichkeit, was zu gewinnen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Seltenheit von einem YouTuber in dem Bereich, also von dem her hoffe ich, dass euch auch das alles so zusagt. Vielen Dank für alles, ich wünsche euch alles Gute, bis bald, euer Alkaramba.